Verehrte Gäste, freuen Sie sich auf einen Rundgang in einer modernen Freizeitanlage und lassen Sie sich von den Möglichkeiten des Interbrain Gästemanagements überraschen. Die Betreiber und Kunden haben dabei die Auswahl zwischen Karten, hochwertigen Chiparmbändern sowie den Interbrain Handy Badges, welche einfach auf das Mobiltelefon aufgeklebt werden können. Das E-Gate im Eingangsbereich lässt sich bequem mit dem Chip oder Armband bedienen. Um die Anlage betreten zu können, halten Sie einfach den Chip oder das Armband auf das Lesegerät. Die moderne Personenschleuse signalisiert für alle gut sichtbar den berechtigten Zutritt. Der Zutritt funktioniert sowohl mit dem Armband als auch mit dem Chip. Das E-Gate hebt sich funktionell wie auch optisch von herkömmlichen Drehkreuzen ab und passt optimal in eine moderne Fitnesswelt. Suchen Sie sich in der Umkleide einen Schrank Ihrer Wahl zum Deponieren Ihrer persönlichen Gegenstände. Zum Verschließen drücken Sie einfach den Stift mit dem Chip nach innen und merken Sie sich Ihre Schranknummer. Während des Aufenthalts ist das Chiparmband treuer Begleiter des Gastes. Am Verkaufsautomaten lassen sich Bezüge bargeldlos tätigen. Einfach erst ein Getränk auswählen, kurz mit dem Chiparmband touchen. Der Automat gibt dann das gewünschte Produkt aus und Sie können es unten aus dem Ausgabefach entnehmen. Wenn Sie noch unser Solarium besuchen wollen, können Sie auch dies mit dem Chip tun. Wählen Sie auf dem Touchscreen die gewünschte Zeit und halten Sie Ihren Chip zum Freischalten an die vorgesehene Vorrichtung. Viel Spaß! Ihren Schrank öffnen Sie auch wieder mit dem Chip, indem Sie leicht gegen den Stift drücken. Anschließend wird der Bereich über das E-Gate verlassen. Verfügt der Gast nicht über genügend Guthaben, wird dies am Display angezeigt und der Gast hat die Möglichkeit, die offenen Konsumationen nachzubezahlen. Lust auf eine Stärkung nach dem Training? In der Restauration außerhalb der Anlage dient die Karte als Zahlungsmittel. Auch nach dem Training sind wir rund um die Uhr für Sie da. Der Gast kann von zu Hause aus bequem sein Kundenkonto verwalten. Dabei kann die Laufdauer des Abos geprüft und online Geld auf das Guthabenkonto überwiesen werden. Wünscht der Gast einen Termin bei einem Trainer? Auch dies geschieht gleich online. Mit den integrierten Webmodulen hat die Freizeitanlage ihre Kassen 24 Stunden am Tag offen und kann so alle Dienstleistungen und Produkte auch online anbieten. Interbrain 360 Grad Gästemanagement